Wie nutzt man den Markerclub als kostenlosen Signaldienst für langfristige binäre Optionen? Mein Name ist Benjamin Hübner und in diesem Video stelle ich kurz die kostenlosen Tools vom Markerclub vor und zeige wie man die zum Handeln von End of Week und End of Month Optionen nutzen kann. Also Optionen die jeweils zum Ende der Woche oder zum Ende des Mords auslaufen. Außerdem zeige ich kurz wie man die 14 Tage kostenlos beim Markerclub testen kann und die ich nutzen kann um sich sein Portfolio einzurichten und Alarme aufzusetzen. Wenn ich richtig informiert bin oder mich recht erinnere, dann bekommt man die auch noch nach dem Ablauf der 14 Tage. Im nächsten Video zum Markerclub werde ich dann noch eine End of Day Strategie vorstellen. Wer sonst mehr über binäre Optionen wissen will, dem empfehle ich hier unten meine Webseite. Zur Nutzung der kostenlosen Dienste muss man sich dort anmelden. Man findet hier auf meiner Webseite einen Artikel dazu, der wird jetzt auch gerade im Video angezeigt. Dann empfehle ich einmal sich bei Top4Experts anzumelden. Das ist die Webseite. Einfach anmelden. Und das war es schon. Nach der Anmeldung bekommt man täglich eine E-Mail, die etwa so aussieht. Das ist die für die Top4Experts. Die Einschätzung hier. Wir haben hier einmal die so genannten Trade Triangle und eine Score. Die beiden sind interessant. Die Daily Triangle zeigt uns, dass es einen Trend im Daily Chart gibt. Also in dem jede Kerze einen Tag symbolisiert. Die Weekly Triangle zeigt uns den Trend im wöchentlichen Chart. Außerdem haben wir hier nebendran noch die Score. Eine positive Score bedeutet Aufwärtstrend. Eine negative Score bedeutet Abwärtstrend. Wobei desto mehr die Score an der Null drin ist, desto mehr geht es in Richtung Seitwärtstrend. Für uns sind vor allem die extrem interessant. Diese E-Mail ist jetzt speziell ein schlechtes Beispiel. Hier habe ich kurz eine andere rausgesucht. Zum einen sind wir hier nochmal den Sonderfall, dass eine der Dreiecke mit Gelb unterliegt ist. Das speziell bedeutet, dass diese Dreiecke heute entstanden ist. Das wäre also der perfekte Einstieg für eine wöchentliche Option heute. Beziehungsweise das ist jetzt ne alte E-Mail, also an dem Tag der E-Mail natürlich. Außerdem haben wir hier, hier zum Beispiel und hier jeweils drei mal die gleiche Farbe. Das ist ein sehr starkes Signal. Wenn ich dreimal die gleiche Farbe habe, dann habe ich eine Option bis Ende der Woche. Vorausgesetzt die läuft noch mindestens drei Tage. Und eine bis Ende des Monats. Vorausgesetzt der gegen mindestens noch zwei Wochen. Wenn ich so wie hier nur im Daily und wöchentlichen Chart einen Trend sehe. Dann handele ich nur bis zum Ende der Woche. Wie gesagt nur bei drei Tagen Laufzeit Minimum. Wenn ich so was habe, dass der Daily am Tag gekommen ist und der wöchentliche auch die gleiche Farbe hat. Dann handele ich auch eine bis zum Ende der Woche. Wenn ich im täglichen ein rotes habe und die anderen beiden grünen sind und der Monat noch zwei Wochen läuft. Dann handele ich eine Option bis zum Ende des Monats. Soviel zu der Strategie. Zu den beiden Strategien, das ist im Grunde die gleiche. Wichtig ist nochmal zusammenfassend, dass der ein übergeordneter und der untergeordneter Trend der gleiche ist. Dann handele ich eine Option bis Ende des übergeordneten Trends. Also in dem Zeitrahmen. Also wenn wie hier Tag und Woche grün sind, dann handele ich bis Ende der Woche. Wenn Woche und Monat grün sind, dann handele ich bis Ende des Monats. Das ist jeweils eine Call Option. Also nach oben. Das gleiche gilt natürlich, wenn wir drei Rote haben oder zwei Rote. Dann wird das Ganze einfach umgedreht und wir handeln nur Put Optionen. Jetzt noch zu einem kleinen Sonderfall, den man hier sieht. Der uns hier zeigt, wir haben sowohl im täglichen als auch im wöchentlichen als auch im monatlichen Chart. Wir haben auch eine Score von 90, also sehr nah an der 100. Wir haben aber im letzten Tag eine Veränderung gehabt, die in die gegengesetzte Richtung ging. Dies zeigt uns, dass wir wahrscheinlich einen recht guten Einstieg hätten, wenn wir jetzt hier handeln. Das ist also nochmal ein Sonderfall, der uns nochmal ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Das gleiche gilt für die gelben Unterlegte, Daily Triangle. Und aber auch zum Beispiel für die Score. Also wenn die Score bei 100 ist, ist das Aufspielen ein gutes Zeichen. Soviel zu der einfachen Strategie für wöchentliche und monatliche Optionen. Nochmal kurz zusammengefasst. Ein grünes tägliches Dreieck und ein grünes wöchentliches Dreieck. Und noch drei Tage Laufzeit bei einer wöchentlichen Option. Dann handeln wir eine wöchentliche Call Option. Bei einem wöchentlichen grünen Dreieck und einem monatlichen grünen Dreieck, handeln wir bei mindestens zwei Wochen Laufzeit eine Call Option. Bei einem täglichen roten Dreieck und einem wöchentlichen roten Dreieck, kaufen wir eine Put Option bis zum Ende der Woche bei mindestens drei Wochen Laufzeit. Und bei einem wöchentlichen roten Dreieck und einem monatlichen roten Dreieck, kaufen wir eine Put Option bis zum Ende des Monats bei mindestens zwei Wochen Laufzeit. Soviel zu der Strategie. Wir haben hier jetzt nochmal den Link zur Anmeldung für die stärksten Lärungspaare und hier für die stärksten Aktien. Alternativ haben wir hier noch einen Link für die Aktientrendanalyse. Da muss man die Aktie eingeben und kommt dann täglich die Analyse zugeschickt. Und hier ist der Link zum zweiwöchigen kostenlosen Test. Nach der Anmeldung bekommen wir zwei Wochen Zugang zum bezahlten Bereich vom Market Club. In diesem Bereich hat man die Möglichkeit sich ein eigenes Portfolio einzurichten, beziehungsweise auch mehrere. Ich würde empfehlen, dass man sich für jeden Broker, den man nutzt, ein eigenes Portfolio einrichtet. Und guckt, dass man alle Werte hinzufügt, die der Poker anbietet. Einfach indem man hier oben den Wert eingibt, den man hinzufügen will. Und dann wählt. Auf die Art kann man sicher sein, dass man die richtigen Paare hat, dass man nicht auf Versehen das umgedrehte Paar handelt. Außerdem kann man hier oben unter Alert sich bestimmte Begebenheiten aussuchen, zu denen man dann alarmiert wird, dass sich was im Chart tut. Hier empfehle ich vor allem Daily Triangle und eventuell Weekly und Monthly Triangle. Soweit mir bekannt ist, bekommen wir diesen Alarm auch noch nach den 14 Tagen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bei Fragen und Anregungen bitte in der Kommentaraktion posten. Hier sind nochmal die Links zu den kostenlosen Diensten und bis zum nächsten Video.